Und der Orbitrof ist ein Farber im Balkon Bleib mal da stehen und dann guck ich was passiert Ja, mach dich mal Nee, hopp, links ist ein Paläge Na aus Hinter uns, hinter uns, hinter uns Gut, dann bin ich bezahlt alleine Jo, go, go Nee, nee, da bleibt doch einer nicht raus Soldier 76, bereit zum Einfluss Ja, der Soldat, mach uns immer schade, ja lol, Mann Mann, ich krieg grad nix auf die Reihe, ne? Der Lucien hat mich grad mit Melee gelotzt Kannst du sie Nehmt wo anderer Charakter, vielleicht lebt's dann besser Nehmt die ganze Zeit, Anra Bei der Gäste hat er was irgendwie gar nichts mehr Jo Ich hab überall Null Wenn's außen schade, 400 Warte, warte Wer gut gibt da so Ertank, der kann... Oh Können Dach Ich glaube, wenn die alle vorne sind, dann... Ich muss jetzt immer mal da, ich suche, mit Tracer Guck'n Guck'n Nooo 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 Ich kann nicht... Ja, man darf ich bei der Melee einfach nicht mal da draufstehen Die Melee, yo Ja Brauchst was mit Rage Hm, bei einer hat's mir gesagt, das wär, ähh... Noob-Held Ja, ich sag Okay. Hey. Da muss die Neid, die hab ich gestern unten nicht Emo gespielt. Nein, sie ist schon nicht. Jo. Jetzt stehen sie alle um den Hut, aus irgendeinem Grund. Vielleicht weil ich endlich will den Latze. BENNETT! Danke, ich hab mal auf den Kopf gezielt, was ich gehört habe. Das war im Zweilis. Oh nein. BENNETT! Ich hab trotzdem noch mal schade. Du sagst, es ist schon einfach so unendlich wie ein Futz am Knie. Das ist aber... Okay. Jo, das wär saugeil. Denn ich nehme an den Stücke. Ja, stolz da muss Knie, ja und dann? Und dann? Macht nichts. Ja, genau. Und dann? Was macht dann der? Der steht einfach nur rum am Husten, fertig. Ach, jetzt sind wir nicht von der Karte. Ah doch, ich bin so. BENNETT! Boah! Du Scheiße, ne! BENNETT! Ich geh gleich mit uns mal. Ich geh gleich mit uns mal. Ich geh gleich mit uns mal. Ja, nix außer Förderschneider, das gibt's nicht. Ich kann nur Quake. Die laufen zurück, was machen die? Bastian steht hier noch im Bus. Boah, der Bastian ist so... Ne, das ist einfach, als würde mal einer rein sitzen. Ich hab zwei gekillt. Reicht das? Wollen wir irgendwas machen? Oh, Hanna. Jawoll, 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 jawoll. Ja, ich bin halb Prozent der Hunden. Ist das dann? Boah, ist das dann? Ist das dann? Mein Maul ist so voll mit Scheiße. Also... Man lernt nie aus. Nämlich nützt. Jo, da ist das schon. Ah! Ah! Oh, da rechts, ne. Meißer Turm und Spillin. Guys! Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist so hart. Das war aber auch schon. Ich schüsse. Hier war ich. Hier war ich Overtime. Weil ich gerade sah, was wir wollen erreiche. Wohohohohohohohohohoh. Ich hab... Mal kurz die Overtime. Ja, also ich hätte... Ist die so unheitlich! Ich hätte Schade, Kills... und hat Active Kills. Jett gehealed. Healed ich selber. Highlight des Spiels. Aber was ist denn mit ihm? Mit der Aussie? Ja, das war das erste Mal, wo wir draufgelaufen sind, wo er vier Leute gelatzt hat. Und dann sind wir nie wieder draufgelaufen. Da war auch eliminiert. Der kriegt von mir, Kai. Kills als Aufklärer. Was war denn das? Ja, wo er nicht aufgebaut ist. Ach so. Als Aufklärer. Wow. Nein. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So. Jonas, hast du schon ein Legendary gelootet? Äh, einer hab ich glaube ich sogar gegrägt. Ich weiß aber nie was. Ein Nutcracker. Das ist ein Nutcracker. Quasi irgendein Quatsch im Diablo heißt, der Nutcracker. Achso. Quasi der Crushbane der Skins. Okay. Ja, ich weiß es echt nicht. Irgendwas auf Aufschluss habe ich auf jeden Fall. Ah genau, die war es. Geht sogar. Aber ich spiele die halt nicht. Wird meist glücklich, ich habe schon zwei. Aber, ja, der erste war Zenyatta. Ja, ich bin ein schleiches Bett, so. Das fände ich auch geil, vor allem, wenn du noch der coole Skin dreht. Ja, und dann noch Widowmaker, Jäger. Jägerin. Oh, der Ra-Skin ist echt cool. Ja, der Ra-Skin finde ich doof, aber der Genie-Tist ist einfach saugeil. Ich glaube, der Ifrit. Ja. Das sind wir beide treffen müssen. Ja, das sind so drei Stück, wo wir beide treffen müssen, gell? Genau. Vielleicht ist das. Das ist der, wo Abgrund ist, außerdem. Ja. Ja, spiele ich gerade Reaper. Der ist doch saugut. Moment, ich verschöner dein Bild. Nein, das geht nicht. Fast halt. Reaper finde ich irgendwie geil. Was? Reaper finde ich sowieso cool. Ja, das ist super. Ja, dann habe ich jetzt gerade nur angefangen zu spielen. Jo. Hat er gerade nur angefangen zu spielen. So, drei Stunden laufen. Ah, muss kotz. Ach. Mach sie fertig. Oh, der Wibelser ranzt. Deine Frau, ich mache. Mich ranze. Oh, der Wibelser ranzt. Oh, der Wibelser ranzt. Jesus. Ohne. Ohne. Hammer Heiler. Aufkämpferl. Hallo. Der hat doch die Wälder, gell? Keine Sündung. Steht da die Kurzzeit wieder? Ohne, wo ist sie? Was ist gerade sie? Was ist damit nie gemacht? Hättest du schon mal geguckt, ja? Jo. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, ja? Wir haben noch eine Rechnung. So, Aschloch. Ich glaube, der hat ja noch das Map schon mal geschnitten. Du kannst gar nicht, Anaschweleid, drunterhuck du auf der Map. Das passiert einfach durch Zufall. was ist allesy. Arreise und tauchten Tais Die Stunde hat... Die Stunde hat geschlagen Nice Super, war ja auch schon alles tot Da hab ich mir gedacht, du machst dir jetzt Mats die Scheiße Und geh ich voll ab Nö, einfach... M-m-m Haben sich ungefähr 80 live vor mir an gedenkt Ich hab mich damit nicht gemacht, du wichser Nee Oh Von hinne kommt was, oder? Von zählt's nicht mal als Kill Haha Zählt nicht Scheiße Haps Hol'ne, hol'ne Erster in Kills und gar nichts in damage Oh, ist halt runter, oder? Naja, ist fast Häh? Der Roadhog holt mit ULT alle Wunderstube. So macht er herz. Ja, hat er ja nun gemacht. Hat mal einen Mechkred. Hier ist er Junkred im Zimmer. Na, war mal. Mich hat er... Also, McCree. Näh! Oh, Alter, was? Ich hab mal ULT getrickt und Lucia hat mich zurückgenommen und dann wurde es wieder probt. Echt? Ah, ne, das war... Du, ich wär wieder durch die Wand gehuckt. Oh, du hattest ja rein nun gemacht. Das war das dann. Okay, dann. Oh, ne! Hab ich runtergeschubst. Das auch. Und es zählt als Kill. Ja, ich weiß nicht. Der Hook hat nicht gezählt, obwohl ich sogar noch offene getrallert hab. Also, mich hat er Kreet als Kill. Ah, der hat's wieder gemacht. Das ist ein Rexbein. Du... Rexbein? Muss ich warte, bis alle da sind, anders springt's nix. Ach so, ich hab das Junkred gelesen. Muss ich jetzt draufklai? Ja. Ja, ich bin tot, aber ich muss halt draufklai. ... Ne! Alter Alter! Auf der Richtung! Ich reiche deinen Ziel an! Na, Geil du! Oh, ne! Komm, geht drauf! Bin schon wieder tot. Nein! Ahhhhhhh Ahhhhhhh Wir nehmen so noch die Level Ja Neee Reinhard, du dir an Ohhhhhhh Pack mal den wir bis hier Nein! Ich bin wieder da! Was gibt's da zum Platz? Irgendwo ist immer 2 Uhr mittags Das ist doch mal ein Perspektiviter, eh? Häh Fünf Vier Drei Zwei Eins Und Zwei Ich bin wieder Zwei 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 Alter Oh Der McCree Der Weiß einfach Immer genau wo ich herkomme Das ganze ist der Sinn Ich flanko wie ein Boss und dann kommt immer Cree ins Damage Jedes fucking Moor Okay, alles am Anfang Alter 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 Das ist doch nett Alter Das ist doch nett Ich bin wieder Ich bin wieder Das kommt doch nett zu Dann guck ich in der Killcam rum Und dann läuft er hier Wo? Hier? Wo? Oh? Zucka Joe? Ist dann tot Fassbar Ist rasch da aus Fassbar Ist rasch da aus Alter, die Widow und der Typ, das gibts net Alter Da fühlt man sich wie neugeboren Ja, schon Braucht man ein Game of Cree Irgendwas Keine Ahnung Weiß net Wir haben so viele Sniper Steht dort drin Ich hab grad Eber gewechselt Weil's mich sooo fricht Und dann nicht halt Reinhard Reinhard zu euren Niesen Wir hängt euch ein Band Punkt selbst drauf haben die niemanden Die hatten einfach nur Reinhard draufstehen Ähm, ne, ich hab eigentlich all drauf gesucht Ich meine Ja, ne, drei Drei Sniper haben sie Kommt jemand? Wer in an mir? Nee, hopp Kommt da wer? Ja, aber Ah, naja, Healer, ne Also das Lotolites wahrscheinlich eher drauf Ich bin gespinnt, woher Ah Es gäbts doch net Ich hab jetzt Ich hab jetzt Ich hab jetzt Wir brauchen einen Healer, bringt nix Aber net, nehm ich das nächste Mal den Healer Ich bin Healer, wir sind 5 von 6 Achso, ja, stimmt Ahja, zu dem hätte ich's dann gesagt Das ist spät Wow Wir hatten doch aber Lucio, oder? Nein, wir hatten den Lucio Wir hatten den Lucio, wir hatten den Max Oh, der Max war da Der Max war da Die Stunde Ha, 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 ha Es ist halt Duits, duits Ah, komm Oh, aaaaah Ehefisch Das ist kein Müll an BZI auf. Beziehen Sie Verteidigungsstelle. Jonas, ich nenne dich, du musst nenne ich die, wenn du willst. Ja, die hielt ich auch nicht. Ach, was macht die? Äh, die verschiebt und kann halt Teleparter bauen und als Defender ist sie halt voll geil. Ach stimmt, ist die, ok, ja, sorry. Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Aber ich spiele halt auch gern Mercy, ja. Also in dem Fall guckt man ja schon wieder auf Mercy. Ich ziehe Mercy, ich ziehe McCree, Reinhardt, Razer und noch irgendwas, keine Ahnung. Noch jemand ohne Shield? Komm und der Robin aus. 4, 3, 2, 1, Angreifer näher sich. Halten Sie die Fahrt auf. Kuräisch? 4, 15, 14. 5, 15, 16. 5, 15, 17. 5, 16. 20, 15, 18. alle hatten mich durch ewig getroffen guten tag guten tag hier war es durch die untergrundgang dort sind sechs türen auf der schloss oh, da werde ich gepinnt ja, das war an my creed an der hand bin dort teleporter steht, aber klar, das ist klar das kann helfen ja, teleporter steht oh, der fab-robot, der geht mal so auf die Nies ich muss einfach nichts machen, der ist am Tisch und nicht tot fertig oh, nein, die haben die teleporter zerstört einer darf mich wieder die haben mich wieder mega gut gemacht, also irgendeine Nacht bleibt nein, nein, nein der ist der 100 A, was mit der Bastion oh das gibt es nicht, haben sie zwei Heiler jetzt habe ich den Tänepader, wo ich dort bin, geile jetzt wird die Gefahr, ich sehe nichts ah der Haube tut der Reinhardt, wenn ich gerade mal die Sicherung auf dem Tänepader mhm, ach soo ein und schweiß rein für die Mercy ja, wir haben sie wieder die Beat gedroppt ich habe gerade eine Mercy rumgelöst ja, ich habe gerade Beat vorbei gedroppt oder ist er wieder ja, der Sterben nie der Sterben ab weiße Entries aber von rechts, wenn die Treff kommt was Tracer von rechts von rechts vor allem oh die Stunke scheisse er fährt gut ach, ich habe sie negativ scheisse ach, Gott, nein, der Stun von McRee ist bestimmt McRee ist laut jetzt wird's massiv das ist ohne Witz Zeit noch mit dem Typ zusammen spielt und wenn nur McRee spielt ich sterb mich immer noch Kina, uns ist ein Reaper ohne Tracer oh ok macht aber nichts oh das war ja ganz locker ich habe mich trotzdem die ganze Zeit nur aufgereischt ich bin Tracer 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 McRee hoher kommt McRee wow 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 ja das war der ganz einfach ja mach doch dann kommt noch ein Retter dann kommt noch ein Retter oh ah genug tun da wurde drauf richtig in den Arm hoch jawoll ja steht jetzt aber mal ein Rund aussitzen und Quatsch Modulierer es darf machen aber das rutscht nur in der Fall oh bis später bis später jo hop machen sie sich bereit zum Angriff Tristan ist gar nicht dabei wua wua er ist dabei wenn er in der Gruppe Wua ja du bist nicht grün wua ii Asphalton, Tank Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein Ah gut, wenn der Robinos das spielt, dann kann ich ja was anderes spielen Puschen, 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 gut Oh, aber da habe ich eine Idee Hast du eine Idee? Will dich draufhaken? Puschen Ah, wir schauen sie Okay, jetzt schon Ah, sie hat mich hier gut auch, ich habe es nicht Ich mache schon einen Puschen Oh, da Ach du Scheiße Da steht er Erb Roboter, die Söder Taktisches Vizier aktiviert Oh, der Turret Ja, das wäre fast kaputt Jetzt wäre es kaputt Komm nicht drauf Hier ist die Schnauber im Platz Hm, hm Ich weiß auch nicht, ne? Da ist er Jo Hey, hey Wo ist die Widowmaker? Genau Macht ja nichts Ich schieße da hinten 3x Ja, das war immer ein nutzloser Ultimate bei mir Ich hab dich im Visier Oh Ich bring dir auch bitte an ihre Windschutz machen Dene Wo ist er? Wo war er? Wo ist er? Komm, Auto Perfekt Jo Deiner Ultimate hat's immer versaut Perfekt Razer hinter uns Ja So, hinter ist er wieder Razer hinter uns Ja Oh, komm Was ist irgendwo hier? Ist die Tracer? Das muss ich doch Erster Elfen sterben nicht Jetzt machen wir Arsch Damn Ah, scheiße Jawohl Oh, Doppel Genji, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Brüder! Irgendwer hat irgendwer in der Sides. Fuck. Er hat bestimmt seine Side-Cut. Ich hab eh gedrängt, sonst nix gemacht! Ja, ich auch. Kein witzig werden. Bist du Bug, oder? Hm. Er hat ein paar geblockt gehabt, aber... Ich weiß nicht, also bei mir hat es ein paar möglichen Team gemacht, aber bei mir auch. Ja, bei mir auch. Ist das so gedenkt, die Interaktion? Genau. Ich kann mal verstehen, Juni. Oh, er war... Naja, ich... Jo, ich denk schon. Alles wird so gewolltzen. Ich glaub nicht, dass es so so Bugs gibt noch in den Spielen. Oh doch, ich denk schon. Boah! Kann sie mich. Links in dem Ding drin hat einer Access... Äh... Bring in das Ding. Ah, wow! Ghetto! Wow! Ghetto! Da ist die Trawizzer. Da ist die Trawizzer. Ja! Ich muss den Rekt am Altimeter Turbel ankommen, sonst hätte er nicht geklazen. Vorsicht hinter dir! Vorsicht hinter dir! Vorsicht hinter dir! Ja! Pfff! Gah! 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 Wido Maker! Hapsa! Na gut! Dankeschön! Hapsa! Wenn du Genji hübst, ich hätte sagen, jetzt würde ich dir gerne in den Arsch gehen! Oh! Oh! Alter! Hapsa! Ok, ist einer! Neeeeee! Scheiss, schützt grad! Ich hab's Turret! Ich hab's Turret! Ich hab's mal die Fresse verkluppt! Ach, er hat mich... Das gäb's nicht! Oh! Perlade, so die Bastion mitte bei uns... Hehehehe! Feindliches Kütz voraus! Kann man heilen? Ja. Irgendwo da, jawoll. Der wird geheilt. Oh! Ah! Oh! Nein! Äh! Jetzt kann er jetzt den Scheiß legen vom Turm. Hat's denn noch den Turm? Ah, Molten-Power. Oh, da. Oh, hopp. Wie lang tut's gleich? Wie lang tut's gleich? Oh, ne. Oh, hopp! War D, oder? Wurde sagen wir mal. Naja. Naja, ich mein jetzt. Oh, ne. 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 Ich hab' den Turret. Ja. Da kommt der Ding in der Flow. Ja, genau die. Ja. Ja, genau die. Ja. Die Tracer hinten hat mich. Ich muss den Tank spielen. Ist ja nix. Wenn der Robinios schon einfach nix macht, dann muss ich halt mal an das Ding fahren, also. Ich bin gefragt sicher an ihre Bestimmungsreise. Racer. Was ist nn? Alter. Hm? Jetzt geht das auf die Ohren. Noch 30 Sekunden. Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Hat er auf Kugel gelegt, auf E und auf Schriften, dann war's das. Ja, genau. Ja, genau. Danke, danke. Vielen Dank. Danke, danke. Eww, ein Nubis. Eww, ein Nubis. Eww, ein Nubis. Eww, ein Nubis. b Abführen Sie Verteidigungsstellung. Trieb, ein Nubis. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Ein disziplinierter Geist ist euer bester Verbündeter. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Däumchen drehen ist nicht gerade meine Stärke. 5, 4, 2, 1, Angreifer nähern sich. Alter du soll ich den linken Gang wenn sie kommen? Ja. Ja. Hm. Aber die Widowmaker muss weg. Hm. Das ist ein Auto. Das ist so. Alter. Da hat alle Platz. Jo, drückt da auf E und liegt. Ja, jetzt habe ich natürlich geteleportiert. Das ist praktisch, oder? Ja. Juh. Wir müssen den Punkt halten. Zielpunkt verloren. Mir stirbt keiner. Neue Verteidigungsposition. Gehreport her offline. Ui. Wo hoppen wir mit 0 Sekunden Gold? Ah, ist nicht schlecht. Weiß ein bisschen Hiel. Hm? Weiß ein bisschen Hiel. Wo sind wir? Oh. 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 Weiß ein bisschen Hieler. Schreiber. Schreiber. Ehe das Irgendwo könnte ich mich irgendwo tracer Wo ist die? Racer Das war's. Leider den Minen von der Widowmaker Da ist jetzt das Soldier bei uns drin Hallo? Hallo? Ja, ich mache das noch nicht Ich bin noch grad dran, einig Oh, lecker, ne, ich sehe nur das 2. Sack weit wechseln Ne, ist bei uns ein Punkt dabei Aber hat sich jetzt zerlegt Mir stirbt keiner weg Wir kreisen auf der Feindsinnigkeit, beginnt von neuem Kaiser kommt von rechts Oder links Ja Das hat mir doch gekillt Geil Hm Hm Ich habe den Fahrt gehört Ich hab dich im Visier Hey, du rechts Ja Tut mir leid, spart ihr, bis es vorbei ist Geht an den Hab zu mich Racer steht drauf Geht aus Verdammt Ich bekomme eine Seniata Geht Oh mein Gott. Verteidig die Teleporter! Mein Teleporter ist offline. Teleporter ist offline. Bart, komm her, komm her, komm her, komm her. Hm? Warum? Her? Hm? Weil ich wollte dich geheilen. Da wird man nie geheilt. Du? Naja, ich bin doch geheile. Ein Nichts. Verdammt. Verdammt. Ich hab dich im Visier. Boah. So, aber ich stehe in der Sack noch nicht drücken, Angeloum. Na. Ich geh da! Ich hab Topkills. Oh, die Sniperin lässt mich in der Rappen. Mir steht ne, betrafst du. Äh. Vor mir kann sich niemand verstecken. Hm. Ich will noch ein Schild. Okay. Ich geh Sniper und... Ja. Ich stehe mich hinter der Mauer. Ja, das ist mein Verdammt. Hm. Ah, ah! 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 Oh Scheiße! Nee, ho, ich hat 99% reitet. Ich bin da. Ja, ich bin da gerade. Oh, ho, der Witz hat 99%. Jo, glaub ich. Er hat uns immer weggesniped. Das ist ne, also wo ist der? Ja. Was hat er da gemacht? Jo, das war das, was ich... Dort sind wir nicht grad gelassen. Und da steht ein Erbetrauer. Hallo? Bin mir grad draus. Loot boxen. Hä? Was? Macht's kein Sinn. Die Schnemm ist ganz jung. So. Kein Hutz. Jetzt ist auch ein Wutsch draus. Schnell, so Hutz. Da ist. Leck. Ja, aber die Dailies. Das ist ein vernünftiger Mensch. Das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden Junge, das sind 60 Jahre 5, 4, 3, 2, 1, Angriffsphase beginnt Nehmen Sie Zielpunkt A ein Dann wollen wir mal anpacken Die machen das, was wir schon gemacht haben Vier Torpjörn Und zwei Bastions und die stehen auf dem Lift und so Mit dem Fahrer Ah ja, gut dann Ja, hallo Man lernt nie aus Feindliches Geschütz ausgeschaltet Aure hier fühlt sich nicht unter Druck gesetzt Aber ich Spektator, wenn du einen Feiler machst, bleib ich dich Aure Heiler macht? Nein, war nicht Da heil ich Oh, das war nix Zwei Bastions sind da ich Ja, die hole ich mir jetzt beide, da könnte ich mal mein Genji-Achievement holen gerade Bis dahin ich reiche Ja, schlechte Nachigkeiten, aber Air Bastion ist schon kaputt Neee Ich werde auch, scheiße Oder? Nein, noch nicht Dann hol ich mal sie jetzt Boah, da ist ja auch noch so ein Ding Boah, überall Sarah hier Wuh- Ah, kassel Moino Ja Alla Harjo, das war cool, bist du auch nie Feindliches Geschütz voraus, pass auf Der UpGon war halt weniger spektakulär xD Oh, ich hab grad Montag gedrückt. Ziemlich gut. So, der ist schon wieder dort. Der Ende in der Ecke. Ein Schuss, ein Treff. Der hat sein Moltenkorps gezogen. Ziemlich ist geschützt aus dem Verkehr gezogen. Geschützt im Einsatzbereich. Da mich gerät, kann der Sinn. Ja. Dann weiter gehts. Jupp, hab sie. Hier kann er innen gehen. Hast du gelogen? Hast du nicht? Ich hab die, also nicht die Bastion. Also Panzer wäre doch. Ja, das sind aber mehrere Panzer. Das ist jetzt das Problem an der Sache. Sieht man mit der Wallhack-Ultie eigentlich ja die Türme? Oh, ne. Oh, da wär' noch so. Die Bastions kommen grad wieder. Wenn ich das jetzt machen wolle, dann schnell. Ja. Ja. Hier brauche ich noch ein bisschen zu oder so. Ja. Wer sich mit Mühe reinlegt, steht mit mir nicht voll. Rechtsbeutzender Kämm! Oh, geh da hin. Oh, jetzt. Du. Ääh. Ihr braucht mich jetzt geschützt. Ääh. Ich will den mal. Nach 30 Sekunden. Du musst die Schuhe so ein bisschen umladen los und dann mach da keiner Wunsch. Mensch, ich? Naja, dann hau ich. Ah, war ich an der Widowmaker, oder? Ja. Hahaha! Ah, hat den Platz denn. Ja. Highlight des Spiels. Bad Connection. Das ist mein Name! E-Fisch. Haha! Was nicht passt, wird passend gemacht! Ja. Ja, der will zwei Best-Sinn spielen. Zwei gleichseitig. Ja. Das kann ich halt nicht. Weil ich es wieder rein hart mache und dann hocke wir uns rechts in die Ecke. Verziehen Sie Verteidigungsschläge. Ah, wie schnell die Merse! Das kann ich nicht mehr sehen. Und dann der Best-Sinn war nämlich, den haben wir noch nie gespielt. Ja, der ist sehr schwer. Trickst du auf Shift und dann Point and Click. So, wenn der E-Gedrickt halt, heilst du dich und mit Shift brauchst du dich. Fertig. Und irgendwann trickst du die Kuh und fahrst rum und schießt. Ein Schuss, ein Treffen. Fertig. Ah, der sehen uns gar nicht zu Schluss. Wurzlos, kann man ja gar nicht vorgehen. Wo ist denn diese Bastionen? Hallo, das? Ohne? Hallo, da ist die Bastion. Gut, wir laufen dann einfach durch, ne? Immer halt durchstehen. Jo, du... Alter, was? Achtung! Dreh durch! Oh ja, Reuna mit Damage-Waff. Mh... Zehn kleine Lusikos. Was denn aber denn? Hahaha. Ich fahle Rinder rum. Bäh! Und links und rechts. Hahaha. 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 Was war gelobt? Hahaha. 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 Ob die Taktik funktioniert? Ich weiß ja das. Du kommst mir gerade ein bisschen vor wie ein Wrestler in einer Pina-Garde oder so. So kommt es mir auch vor. Ich bleibe hier aber nur shoving, shoving. Ich falle einfach um. Oh, jetzt haben sie aber echte Helden genommen. Ja, zwei Hande. Hast du jetzt erst deinem Damage oder was? Ja, ja, von Civil Eliminations und ja. Civil Eliminations habe ich ja auch. Ah, das ist gut. Ah, jetzt haben sie echte Helden. Vier Handeos haben sie genommen. Ne, drei Handeos. Doch, vier Handeos und Widowmaker. Ich scharge da nicht. Alter. Warum Handeo? Ich kann dich nach hinten. Komm weg. Ich schlopfe auf Seite, 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 Seite. So. Du warst zu weit von dir. Ich lab noch. Aber ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Du bist ein Vollidioter. Nee. Ja. Ich bin ja nicht. Ich stehe nicht. Ja. Ich bin ja nicht. Ja. Ich bin ja nicht. Vor mir kann sich niemand verstecken. Ah, okay. Jetzt stehen sie bei der Eld. Ich komme dann auch von rechts. Ah ja. Schon viel besser. Jetzt haben sie nur noch Hänsels. Ich habe halt einfach zwei Erschoss. Pistole, OP. Ah ja, ich hätte Ultimates, ich gehe noch mal rennen. Ich komme mit, ich habe da ein Damage. Oh. Irgendwer macht das Wache auf mich. So genau, der geht nicht um uns. Die da ein, die da ein. Oder? Wenn sie doch einher wollen, dann können sie gerne rennen. Geht meiner mit. Oh oh. Ich will Enkel, ich muss... Oh Gott. Ja. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ich . Hahahaha. Puhh, pūh. Hau ein. Nee, haben sie mich. Nee, ich lebe bitte. Warum, ich ... Macht nix, ich hole sie. Er hat mich. Nee, er hat mich. ist das irgendwie lustig oh ich fahre ich fahre wo fahrt alle mit ja, gute Fahrbahn halt kommt noch einer Der Weg von uns am Spawnen ist immer so ewig weit. Aber hier kommen Sie nicht zu! Der Weg von uns am Spawnen ist immer so ewig weit. Ganz rennen! Oh nein, nämlich noch Witz. Das war lustig. Highlight des Spiels. Warum? Ja, das ist nur wahr. Densationell. Oh Gott, jetzt haben wir die ja schon wieder, weil sie selber nicht wechselt. Unterwegs nach Nepal. So, alle Reinhard. Ab geht's. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Zu viele Tanks. Oh, was für... Quatsch. Zu viele Tanks. Oh, was für... Quatsch. Wir haben einfach... Wir machen vier Hicke und Hacke, oder? Wir machen vier Hicke und Hacke, oder? Oh, bitte. Bei eher vor und dann so in die Tür auf die Punkt. Okay, ich mach... Ja, bitte. Ich mach die Linkwand. Ich mach die Linkwand. Oh, Scheiße. Oh, ich muss jetzt schon nach oben. So, Power! Formation! 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 Oh, da müssen wir noch dran schaffen. Drin sind wir. Ich bin leider sehr stark schwach. Ich brauche nix mehr mitreffen, lustige Geprügel. Oh, genau so. Oh, leck! Äh... Oh, schuld! Sind wir alle tot, ja? Wollen wir ein Scheiß machen, oder noch irgendwo? Ja, ich mach das, bis zumal ich mehr bleibe. Bis zumal ich mehr bleibe. Ich mach das auch nicht mehr. Ich hab zwei Kills. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht hab. Ich bin einfach nur getrickt. Ich bin der erste, am Damage und weiß nicht, wie ich's zu machen. Nee, das muss fast gestoppt. Ich muss echt schnell aber das in Ordnung viel. Das könnte sogar das Knallhofer schneller gewesen sein. Wo ist denn da alleine? Ah doch. In der ganze Heiser drumherum was. Wir bereich natürlich jeder. Ich kann ja auch Mercy switchen oder Lucio. Kannst du durch? Ja, der hat nicht. Ah, ok. Hau. Der Beat wäre gedrofft. Das ist eure gerechte Strafe! Pakete, Bagage. Das ist eure gerechte Strafe! Zurück auf Patrouille. Ich bin hingefroren. Ja, die Maze ist doch gut auf der Map, das ist unfassbar. Ich bin mir hier einfach gut auf jeden Fall. Sau starker Rennen. Wäre es denn da wo es nicht viel enge Gang gibt? Dann ist es halt so. Boah. Boah. Es ist halt schön, oder? Irgendwo. Irgendwo. Rechtsklick. Ja. Wieder im Einsatz. Es bleibt nicht viel Zeit. Nicht nachlassen. Jetzt wird's massiv. Lass uns das Ziel gemeinsam rocken. Jetzt wird's geflankt. Nein. 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 Ich hab noch keine Angst. Ich hab dich in die Ziele. Ich hab dich in die Ziele. Kraft unser Twiland. Zeigen wir ihnen wo es lang geht. Oh. Au. Jetzt nicht nachlassen. Oh. 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 Ich bin doppelt scheiße. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah das ist Hansa, oder? Ja. Oh oh. Ah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wünschte, ich hätte gerne es. Da! 4, 3, 2, 1, ohne 2, nehmen Sie den Zielpunkt ein. Einfach, komm zum Mann! Zeit für ein bisschen Spaß! Eine APM-Einfach! Da sind die Gegner, da sind die Gegner. Rechts ist der Olo, ja. 2 Waffen rechts, die machen wir ganz schön schauper. Sicher den Punkt! Marie! Hä? Sie geht nicht mehr weg? Kannst du nicht mehr wegmachen? Oh! Raptora-Systeme hochgefahren. Jo! Ach! Soldier 76, bereit zum Einsatz! Zeit für ein bisschen Bies! So, wie zum Absender! Einde! Das sieht kopf! Alter! Wiener! Ryo! Wackete kioskuree! Ryo! Wackete kioskuree! Ach, jetzt stehen zwei Handsles, dauerhaft mit. Jo! Hätt man einfach mal durchkatzen. Hä? Das passiert mir nicht noch mal. Es bleibt nicht viel Zeit. Nicht nachlassen. Ich nehme den Punkt ein. Benötige Unterspitzung. Nice. Ihm kill? Ich wollte noch die Wand hochziehen, aber es hat mir gereicht. Oh, das haben sie. Ja, das haben sie. Ich habe 98% Ulti-Cut. Highlight des Spiels. Oh, das ist mal wahr. Ist er einfach mal vorbeigefahren, wir haben sich die beiden geschwärtert. Und dann hat er sich geschwärtert. Ja, das war genau richtig. Ich habe nicht mehr geblägt. 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 Ich habe nicht mehr geblägt.